Am Wochenende, also ab Donnerstag, den 08.06. ist in Bad Kissingen die Allrad-Abenteuer. Wir sind heute am Dienstag am Packen und morgen fahre ich dann mit diesem Auto nach Bad Kissingen. Es sind knappe 400 Kilometer, das wird die Challenge. Ich rechne, dass ich in 5 Stunden da bin. Wir stellen aus Kühlboxen, Kühlschränke, wir haben ein paar Batterien dabei. Besucht uns an unserem Stand und so wünsche ich euch einen schönen Tag. Hier verlinke ich euch das Video, dass ich einen neuen Motor habe und so fahre ich jetzt nach Bad Kissingen. Und so fahre ich jetzt nach Bad Kissingen.